Kommt her, Kreaturen der Nacht. Ein paar viele Gegner. Es gibt nicht zu viele. Doch, ich brauch Hilfe. Es gibt nur zu wenig. Ich brauch Hilfe. Mama. Creeper. Aua, die treffen auch noch so gut. Ich bin gleich tot. Aha. Ist das so, ja? Alter, ich muss ja weg. Aua. Wo bist du? Der Meister der Schwerttechnik kommt. Ja, super. Um dich zu retten. Aua. Aua. Wo bist du denn? Hinter der Mauer. Was machst du denn noch hinter der Mauer? Auf dem Eis. Ich komme. Aua. Aua. Es kommen noch zwei Spinnen. Aua. Ich sehe dich. Drei zu zwei. Drei. Jetzt einmal nicht meine Sachen auf. Entschuldige. Ich wäre beinahe da drauf gelaufen. Aua. Wo bin ich denn jetzt hier runtergefallen? Krass. Ich bin gerade die Schlucht runter. Hab überlebt. So. Auf dem Eis seid ihr also. Ihr Skelette. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Was soll das denn? Na, kommt. Kommt hier rüber. Daneben! Oh, das ist nicht so schlau, die mal wegzukicken. Ja, schieß auf ihn. Ja, schieß nochmal auf ihn. Ha! So. Sehr gut. Wir haben überlebt. Knapp, aber wir haben überlebt. Mehr Gegner! Mehr Gegner! Wo seid ihr? Lieber Klotzi, gibt es auch eine Anzeige für die Kills? Also kann man auch anzeigen lassen, wie viele man getötet hat? Boah, das war gerade richtig fies, ey. Dann würde mir ein richtig gutes Battle in Zukunft mal einfallen. Hätte ich mal eine richtig gute Idee, was wir da vielleicht, wenn wir dann die 10 Leben hier aufgebraucht haben, als nächstes Minecraft-Battle oder so machen können. Kannst du uns ja mal gerne wieder schreiben, ob du weißt, dass man so eine Anzeige auch für die Kills macht. Also, dass man dann anzeigen lassen kann, wie viele man so insgesamt gekillt hat. Das wäre mal sehr interessant zu wissen. Oh, ich bin wieder durch Pfeilen gespießt. Da ist wie ein Skelett, in das ich aber weggehe. Das ist ein Enderman. So. Wo sei da? Schafe. Oh, da unten ist einer in einer goldenen Rüstung. Da müssen wir hin. Boah, hinter uns explodiert ein Creeper. Was zur Hölle? Oh, die sind echt richtig treffsicher, die scheiß Skelette. Ja. Boah, hinter mir ist ein Creeper explodiert. Alter Falter. Sind hier noch welche drin? Sieht nicht so aus. Oh, da höre ich noch irgendwo was. Uh, da ist ein Skelett. So. Also, jetzt kann keiner sagen, dass wir... Oh, zu wenig kämpfen. In der Aufnahme. Hier ist niemand. Oh, da ist ein Creeper. Da war ein Creeper. Warum ist hier Licht? Ach, hier waren wir. Ist ja interessant. Perfekte Musik, um in eine Höhle reinzugehen. Oh, da sind wir nicht zu tief. Da-daaah. Oh, Creeper! Und wo kommen die Viecher denn? Hier ist doch alles ausgeleuchtet. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hier bin. Irgendwo in so einer Nebenhöhle. Ich seh deinen Namen. Aha, aha. Hier geht's irgendwo runter. Ach, hier bin ich in der großen Höhle. Ist ja interessant. Ich hab einen dritten Eingang gefunden. Oder einen vierten oder fünften oder... Ich hab keine Ahnung. Sieben Minuten dauert die Nacht. Aha. Bam. Bam. Bam, bam. Okay. Ähm. Jetzt ist ja wieder Tag, ne? Mhm. Das heißt, jetzt werden auch nicht mehr so viele Gegner draußen sein. Ja, da hinten, wo man bohren ist, ist ein Skelett. Aber ich leck mich nicht mehr mit dem Skelett an. Haha. Ich hab jetzt die Schnauze voll vom Kämpfen. Das ist unser Spielprinzip gewesen. Ich hab eigentlich, äh, das Gefühl, dass ich noch viel mehr kämpfen möchte. Nö. Ich nicht. So. Jetzt wird erstmal weitergebaut. Ich brauch erstmal wieder Matsch. So, die vordere Mauer ist soweit ja schon fertig. Das muss jetzt natürlich auch mit dieser Mauer hier passieren. Achso, das Stück Fleisch können wir eigentlich futtern. Ja, ich würd mal sagen, die ziehen wir dann einfach mit hier runter. Können wir eigentlich so drauf scheißen. So machen wir das. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wir machen die fünf breit, haben wir gesagt, ne? Mhm. Und das hier ist eins, zwei, drei, vier, fünf. Richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Richtig. Oh. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Du hast keinen Helm mehr auf. Ich weiß. So ein Creeper draufgegangen. Mehrere Creeper. So. Ich hab aber wieder einen neuen Helm guckt. Hadadada. So. Dann müssen wir mal gucken. Ja, hier. Das war mal. Mauer wird langsam fertig. Das schon mal gut. Allerdings gehen uns jetzt doch langsam die Steine aus, ne? Ja, ich werd jetzt mal ein paar nachlegen. Hast du Kobbelts noch, äh? Ich hab noch welchen Inventar. Okay. So, und ich gehe jetzt mal gerade Kühe schlachten. Wie viel haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht. Machen wir vorher erstmal ein paar Kinder. Bevor wir die Großen killen. So. Schaut da mal. Eins, zwei, eins, zwei. Du und du und du. So. So, wo ist die Steakfabrik? Da. Eins, zwei. Und eins, zwei. So, und dich kann ich auch töten, weil wir haben ja drei Kinder. Sehr gut. Hat jetzt nicht so viel Fleisch gegeben. Wenn ich ehrlich bin. Naja. Besser als nischt, ne? Ja. Das müssen wir dann nur gleich mal irgendwie machen. Boah, haben wir viel Leder. Krass. Hier ist ja auch noch Stein. Ja, ich hatte das mal irgendwo zwischengelagert, aber so viel war da auch nicht mehr drin. Wolle, 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 Wolle. Wolle bei Frau Holle. So. So. Jetzt wappnen wir uns hier mal so ein bisschen mehr aus für die nächste Nacht, denn da will ich noch ein bisschen kämpfen hier. Ich kämpfe zu wenig, wurde gesagt. Ja, dann kämpfe ich jetzt halt mal mehr. So. Habt da nun davon. Ich brauche mal wieder ein bisschen Eisen. Ich glaube, wir sollten auch mal Eisenerz schmelzen und so, ne? Müssen wir auch mal langsam wieder machen. Ja. Wo ist denn hier die Workbench hin? Ach ja, die hat es ja mitgenommen. Oh, ich habe eine Workbench hergestellt. Fortgeschrittenes Handwerk erzielt. Boah. Neue Schaufeln. Spitzhacke. Technischer Fortschritt erzielt. Ja, ich denke, ein neues Schwert kann auch nicht schaden. Oh, ich brauche heute eine neue Schaufel. Ach komm, dann können wir eigentlich auch noch... ...die machen. Und nochmal die machen. Und dann ist gut. Hö, was war das? Ach so, okay. Ach so. Na gut. So, die packen wir so. Oh, oh, Ganon. Oh, oh, Ganon. Oh, oh, Ganon. Endstation. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, Ganon. Warst du schon wieder am schneiden? Ja. Unglaublich. Wenn du noch Holz brauchst. Ich habe ganz viel Holz eingelagert gehabt. Ja, ich brauche wieder Stickies. Es hat wirklich hier schon eine ziemlich lange Zeit sogar geschneit. Weil hier sind schon einige Schneeplatten drauf. Naja, egal. Ja, wollte ich den jetzt machen. Genau, ich wollte auf die nächste Nacht warten. Die kommt doch jetzt, ne? Ja, die kommt jetzt gleich. So habe ich denn jetzt auf einmal so viele Fackeln? Ja, kann es sein, dass du verwirrt haben. Brauchst du Fackeln? Ja, ich habe nur zehn, ja. Wo bist du denn? Im Hof. Wo bist du denn? Jo. Wo bist du denn? Vielen Dank.